Ja, hallo Jan. Hallo. Wir wollen ja heute über deine Auslandssemester sprechen. Du warst in Finnland und anschließend, nicht direkt anschließend, auch noch in Spanien. Und ja, was hast du aus den Auslandssemestern mitgenommen? Was haben die dir gebracht? Also sie haben mir super viel gebracht. Die Hauptpunkte sind so internationale Freunde. Ich habe neue Kulturen kennengelernt. Das klingt so typisch, was man so reinschreibt irgendwo, aber es ist halt wirklich so, man lernt die Leute kennen und man lebt einfach wirklich für ein halbes Jahr woanders. Und das ist eine Erfahrung, die kriegt man in einem Urlaub zwei Wochen einfach nicht. Also ja, ich glaube, das sind so die Hauptpunkte. Ich denke, es ist auch ein anderes Ziel, das man im Urlaub hat. Im Auslandssemester wirst du ja auch was lernen. Du gehst ja auch in die Vorlesungen. Ja, überwiegend zumindest. Und da sind die ganzen Umstände natürlich auch komplett anders als Urlaub. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.